Moin moin und herzlich willkommen zurück zu die Elder Scrolls Arena. Wir sind jetzt in der Stonekeep Dungeon soweit schon vorgedrungen, also weiter nach Westen geht es nicht. Also ist hier wahrscheinlich schon Schluss. Und wir versuchen jetzt mal hier das alles zu erkunden. Und mal schauen was wir da finden. Was wir da entdecken. Hier sieht es auch auf jeden Fall interessant aus. So. Ich glaube da geht es auch nicht mehr wirklich weiter. Ja stimmt. Hier ist man so eine Mauer. Aber ich will hier alles entdecken, alles erkunden. Und dann, wir haben ja genug von Potion, also Health Potion. So, das ist ja weiter hier unten. 36 haben wir ja noch. Und ich hoffe, das wird reichen. Was haben wir hier im Gang. Ah, wir wollten aber zuerst Richtung Norden. Hier können wir später nochmal hinkommen. Und dann mal schauen, was für Kreaturen uns hier versuchen, wieder den Weg abzusperren. Und die Frage, die ich mir stelle ist, was haben wir hier eigentlich jetzt genau für eine Aufgabe, weil ich habe total vergessen, wie viel Wasser ist das? Werte ich, hier gibt es auch noch irgendwo was entdecken. Da war irgendwas Rotes, habt ihr das gesehen? Ah, wieder ein Ghoul. Nein. Nicht schon wieder Ghoul. Ich mag Ghoul nicht. So, ich will auf einmal komplett das Wasser hier, ob wir die Map frei entdeckt haben. Mal schauen, ob wir da irgendwie hochkommen, oder ob das wieder diese... Ne, da kommt nicht hoch. Keine Ahnung, was ich mir da jetzt gedacht habe. Aber wir müssen jetzt auch mal ein bisschen weiter hier hin. Ja. Hört sich wieder nach Ghoul an. So, wo sind wir jetzt? Es ist eigentlich ganz schön viel, was wir hier jetzt nicht entdeckt haben. Aber egal, wir riskieren es jetzt doch. Da ist was. Da ist wieder ein Ghoul. Der haut aber ordentlich zu. Das Ghoul hat nichts. Ah, da ist schon wieder einer. So, den haben wir auch ausgeschaltet. Der hat nichts. Da ist ein Schatz. Da brennt aber irgendwas. Also ich glaube... Oh. Okay, den haben wir ausgeschaltet. Hat auch nichts. Da ist ein Schatz. Und jetzt? Gleich zwei Stück, warte. Alter, wie viele Schätze sind hier. Warte, der killt uns gleich. Egal. Der hat nichts. Der hat nichts. Okay. Der hat nichts. Aber die Truhe müssen wir irgendwie aufbieten. Der ist offen. Na? Nice. So, hier haben wir wieder einen Schatz. 95 Gold. Nice. 4 Gold. 4 Gold. You have found a parchment the court of rehab can use to discover the location of Fang Lehr. Oh. Ist das die? Äh. Da haben wir jetzt schon gefunden. Boah, warte. Das müssen wir eben speichern. Speichern wir hier. Ist... Äh. Mein Schwert ist kaputt. Ach so. So. Dann suchen wir mal... Wir nutzen den mal. Der sieht aber nice aus. Der sieht nice aus. Hier haben wir wieder einen Toten. 14 Gold. Und einen Buckler. Buckler. Ah. Wieder einer. Digga. Was ist mit dem? Digga. Digga. Wieso ist der so stark? Er hat nichts. Egal. Aber wir... Wir haben hier was gefunden. Wir haben hier was gefunden. So. Einen Moment. Ich muss eben Pause machen. So. Da bin ich wieder. Wurde eben ganz kurz angerufen. Und ich habe vor jetzt hier noch den ganzen Rest zu erfunden. Da ich die Vermutung habe, dass es hier vielleicht sogar noch mehr gibt's. So ein Decken oder so. Das ist vielleicht nicht... Wieder ein Ghul. 2 sogar. 2 sogar. Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Warum müssen das jetzt 2 sein? So. Na, warte. Digga. Okay, den haben wir jetzt gekillt. Ja. Ah, doch. Der hat 64 Gold. Immerhin. Oh. Was ist denn jetzt los? Habt ihr da gesehen, wie schnell das ging? Was war denn das? Äh. 5 haben wir jetzt. Ähm. Gehen wir mal hier drauf. Genau. So. So machen wir hier 2. Dann haben wir hier Magic Defense 2. Glück. Machen wir auch nochmal 2 rein. Oder komm, wir machen 3. Dann haben wir Glück auf 60. Wir sind damit schon fährt. Level 9 sind wir schon. Nice. Äh. Hier ist was weg. Warte mal. Ne, doch nicht. Ist noch da. Wenn wir hier jetzt drauf gehen. Okay. So. 16 Gold hattet er. Nice. Jetzt müssen wir aber eben nochmal hier einen Heiltrank nehmen. Okay, hier gibt es nichts. Nichts aus, als gäbe es da was. Ja, sieht aus, als wäre hier Dead End. Hier sieht auch so, als gäbe es jetzt nichts mehr. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was hier noch alles gibt. So. Gehen wir hier schon mal auf? Gibt es hier Schätze? Nö. Nö. Okay. Müssen wir den hier. Boah, ging das schnell. 12 hat der. Und der hier. Einen Dagger. Jetzt brauchen wir wieder einen Potion. Oh, nochmal. Der hat nichts. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Oh, nochmal Potion. So, beide gekillt. nochmal Potion. hier gibt es sonst nichts so wo sind wir überhaupt hier sieht es aus als würde es reingehen hier gibt es nichts mehr was haben wir denn hier steckt jetzt fest steckt fest ich stecke hier fest scheiße was machen wir jetzt kann hier nichts machen nein das war der weg nein ich stecke jetzt fest ich komme hier nicht mehr raus muss ich jetzt den hier wirklich laden sind wir jetzt hier okay wir sind hier jetzt müssen wir den ganzen weg nach norden zurück wir haben jetzt den hier nicht ausgerüstet aber wir sind wieder level 8 nein ach da war der genau aber hey wir sind wieder bei 7.000 fast immerhin ja die springen jetzt nach norden und den können wir noch schnell looten und anstatt den einen der da hoch geht gehen wir gleich den anderen und hier sind jede werte gleich wieder diese skelette wieder was los und treffe jetzt niemand mehr öhm ja 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 das ist ein hals renken los die beide jetzt gekillt endlich wir haben wieder ja bitte wieder fünf bitte wieder fünf nein hier einen und hier zwei das hat mich jetzt traurig gemacht das war ein verlust beide gekillt heiltrank habt ihr das gehört da kommt noch irgendwas anderes wollte jetzt nicht den skelett ich wollte das da will nicht den skelett hallo ich will den schatz da ist wieder 18 gold dann müssen wir wieder hier entlang irgendwie und dann will will ich mit euch jetzt noch den süden da erkunden wenn war ihm wieder ein dämon oder so so google hier ist wieder ein fass und wir wollen hier wieder hin so genau und dann müssen wir wieder dahin jo da wären wir und da hin ist das jetzt wo wir hinwollten jo das ist hier ist irgendwo was weiß nicht ob ihr das gehört habt aber hier ist irgendwo was nein gleich ganze 2 und der andere hat also auch mal drauf gehen brauchen wir wieder ein so wo sind wir jetzt hier genau aha auf jeden fall im sudan hier gibt es noch den gang ja und da unten gibt es noch einen gang ich glaube mehr können wir langsam auch nicht tragen beziehungsweise wie viel tragen wir jetzt schon 64 von 150 ok das geht noch das geht klar oder das hat die dingens warte mal nehm ne seht wo steht wie viel getragen maximal kilos 164 aber wie viel tragen wir gerade steht hier auch nicht keine ahnung wie viel wir gerade fragen natürlich kommt ihr jetzt so auch nicht mal langsam kaputt gehen hinter mir ist keiner die weil tränke sind auf manchmal echt für den arsch manchmal helfen sie manchmal nicht jetzt auch ein echter irgendein ich glaube das hier sind die katakomben jetzt von dem schloss gehe ich von aus dass das alte schloss ruine ist wo wir gerade sind so dass hier glaube ich wieder das ist nicht das wo wir schon mal waren auch nein gleich drei stück ich gehe jetzt endlich mal drauf und dann googeln habe ich richtig angst hier hier den hinteren haben wir schon gekillt und er hat nichts ah ne doch der hat ein bracelet den haben wir erwischt so jetzt brauchen wir aber wieder einen also so beziehungsweise hier muss ich mal schauen die die ruler of rehat has marked stone keep on your map of the province of hammerfell haben wir hier schon haben wir hier schon klasse wir sind sehr weit im süden jetzt gerade aber wir waren schon an der südlichsten grenze wo ist das können wir das looten das können wir nicht looten wo kommst du näher so so gibt aber auch keine schätze mehr kann das sein genau jetzt kommt da einer genau jetzt da sind zwei hinter ihm ist auch noch einer das ist noch einer oder doch nicht das waren drei so einmal ein heiltrank und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin es euer max deus und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal o o mach bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020